Grüße auf dem Kanal Max-Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Ein Hausmann ist ein Mann, der zu Hause bleibt, während seine Partnerin zur Arbeit geht. Zu seinen Aufgaben gehört alles, was eine Hausfrau üblicherweise tut, sowie allgemeine Reparaturen am Haus, die Wartung des Autos und die Rasenpflege. Die Frau eines Hausmannes kann gelegentlich beim Kochen und Schrägstrich oder bei der Kinderbetreuung helfen, aber der Mann kümmert sich hauptsächlich um diese Dinge. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Job überlebt hätte, wenn ich ihn ausgeübt hätte, als meine drei Kinder noch klein waren. Wir waren eine Familie mit bescheidenen Mitteln und so gingen alle Kinder in den Kindergarten, während meine Frau und ich versuchten, genug Geld zu verdienen, um ein Leben in der Mittelschicht zu führen. Als meine Kinder in die Highschule kamen, schrieb sich meine Frau für ein Emba-Studium ein, weil ihr Arbeitgeber die Studiengebühren erstattete. Das bedeutete, dass ich mehr tun musste, um den Haushalt über Wasser zu halten, während sie studierte und Kurse online und in der Schule besuchte. Die zusätzliche Arbeit machte mir nichts aus, denn ich wusste, dass sie mit einem MbH in ihrem Jog aufsteigen und ein höheres Gehalt erzielen würde. Ames Emba-Studium richtete sich an Führungskräfte, die Vollzeit arbeiteten und dauerte daher fast drei Jahre. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kinder bereits aufs College gegangen. Glücklicherweise waren alle drei sehr gute Studenten und kamen für mehrere Stipendien in Frage. Drei Kinder auf dem College zu haben, ist jedoch eine enorme finanzielle Belastung. Ich arbeitete in einem kleinen, in Familienbesitz befindlichen Produktionsunternehmen als Leiter der Buchhaltungsabteilung. Ich bekam ein angemessenes Gehalt, aber nichts im Vergleich zu großen Unternehmen oder Wirtschaftsprüfern. Ames harte Arbeit zahlte sich schließlich aus und sie wurde zur Leiterin der Produktentwicklung bei dem multinationalen Versicherungsunternehmen befördert, für das sie über 15 Jahre lang gearbeitet hatte. Die neue Stelle bedeutete für sie eine beträchtliche Gehaltserhöhung, einen Zuschuss zu ihrem Auto, ein Spesenkonto und einen Anteil an den Jahresendprämien, die sie zusammen mit allen anderen Mitarbeitern des Unternehmens erhielt. Ihr neuer Glücksfall hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Die Wirtschaft erlebte einen drastischen Abschwung und mein Arbeitgeber wurde besonders hart getroffen. Sie kämpften fast ein Jahr lang und verkauften dann das Unternehmen an unseren Hauptkonkurrenten. Die neuen Eigentümer verschwendeten keine Zeit, um unsere Kapazitäten abzubauen und das Werk zu schließen. Die neuen Eigentümer boten mir eine Stelle in ihrer Fabrik an, die jedoch 300 Meilen entfernt war. Das Gehalt wäre etwas geringer gewesen als das, was ich verdiente, nämlich etwa ein Drickel dessen, was Amü verdiente, Prämien nicht eingerechnet. Ich hatte keine andere Wahl, als die Stelle abzulehnen und so war ich plötzlich arbeitslos. Ich versuchte, eine neue Stelle zu finden und merkte schnell, dass niemand in unserer Gegend neue Arbeitskräfte einstellen würde, bis die Wirtschaft wieder anzieht. John, das ist nicht das Ende der Welt. Mir geht es gut. Wir haben genug Geld, um die Kinder durch die Schule zu bringen, also mach dir nicht so viele Sorgen, sagte sie. Ich weiß, aber ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen, antwortete ich. Oh, mach dir keine Sorgen. Ich habe eine lange Liste mit lieben Dingen, für die du nie Zeit hattest, also wirst du nicht untätig herumsitzen müssen, sagte sie lächelnd. So fing es an. Im Alter von 48 Jahren wurde ich Hausfrau und Mutter. Amis Liste war sehr umfangreich und ich brauchte fast ein Jahr, um alle von ihr vorgeschlagenen Renovierungsarbeiten zu erledigen. Nachdem ich das Haus fertiggestellt hatte, begann sie mit den sehr arbeitsintensiven Landschaftsgestaltungsprojekten. Während ich daran arbeitete, unser Haus zu verschönern, kletterte Ami weiter die Karriereleiter hinauf. Sie wurde zum Senior-EVP befördert und erhielt eine erhebliche Gehaltserhöhung. Sie liebte ihre Arbeit und war bei den anderen hohen Tieren hoch angesehen. Sie wurde oft zu Partys und gesellschaftlichen Veranstaltungen eingeladen, bei denen sie mit den einflussreichsten Leuten der Stadt zu tun hatte. Natürlich musste ich sie zu vielen dieser Veranstaltungen begleiten. Ich weiß nicht genau, wann das anfing, aber ganz langsam bemerkte ich eine Veränderung in der Art, wie Ami mich bei diesen Veranstaltungen behandelte. Zuerst bestand sie darauf, dass ich an ihr klebte, während sie herumflitzte und kurze, bedeutungslose Gespräche mit allen wichtigen Leuten führte. Allmählich begann sie mich zu bitten, an unserem Tisch zu warten oder an der Bar zu sitzen. Während sie in der Halle arbeitete, verbrachte ich bald die meisten Abende damit, die Ehrfrauen der Chefs zu unterhalten oder einfach Allah inzusitzen. Schließlich wurde es für mich unerträglich, als sie mich über das Wochenende in ein schönes Resort mitnahm. Am ersten Abend ließ sie mich mit den Frauen allein und war fast drei Stunden lang weg. Am nächsten Tag erzählte sie mir, dass sie mehrere Treffen mit anderen Führungskräften und Vorstandsmitgliedern hatte. Sie sagte, die Ehrfrauen hätten einen Wellness-Tag geplant. Okay, okay, was soll ich den ganzen Tag machen? Ich kann nicht mit Frauen rumhängen, während sie Schlammbäder nehmen, sagte ich. Ich weiß nicht, John, geh wandern oder so. Ich habe wichtige Dinge zu tun und keine Zeit, dich zu unterhalten, antwortete sie scharf. Ich hielt meine Zunge im Zaum. Ich wusste, dass sie ein wenig angespannt war. Aber ich schwor mir, dass dies das letzte Mal sein würde, dass sie mich zu einer dieser Veranstaltungen mitschleppte. Okay, mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar, sagte ich. Ich hielt schließlich am Pool und der kleinen Tiki-Bar daneben herum. Ich hatte gerade meinen zweiten Shin ausgetrunken, als ich sah, wie mehrere Leute auf die erhöhte Terrasse eines der großen Konferenzräume kamen und unter Sonnenschirmen Platz nahmen. Ich erkannte Amie. Sie war in Begleitung eines großen, distinguiert aussehenden Herrn. Er legte ihr die Hand auf den Rücken und wies auf einen der Tische am Rande der Terrasse. Ich sah, wie sie sich setzten und ihre Stühle näher zueinander rückten. Er legte seinen Arm um ihre Schultern, während sie sich an ihn lehnte. Keiner der anderen näherte sich ihnen, und ich sah, wie sie ihn mehrmals sanft auf die Wange küßte. Er lächelte sie an und beugte sich zu ihr hinunter, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Sie kicherte und gab ihm einen Klaps auf den Arm, während er lachte. Das ging 30 Minuten lang so, dann standen sie auf und gingen mit den anderen zurück ins Haus. Ich ließ das Gesehene noch einmal in meinem Kopf Revue passieren. Sie fühlten sich sicherlich viel wohler, als es zwei verheiratete Menschen mit jemandem tun sollten, der nicht ihr Ehepartner ist. Ich bemerkte, dass sie nur wenig darüber besorgt waren, dass ihre Kollegen ihr übermäßig freundliches Verhalten sahen, was mich zu der Frage veranlasste, was wohinter verschlossenen Bürotüren vor sich ging. Obwohl ich alle ihre Kollegen kannte, kannte ich den Mann, mit dem sie zusammen war, nicht. Ich nahm an, dass ihr ein Vorstandsmitglied war, aber ich musste es überprüfen. Ich ging zurück in unser Zimmer, um meinen Laptop herauszuholen und etwas zu recherchieren. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis sich ein Foto von Stephen Swanson, dem Vorsitzenden der Mega-Insurors-Core. Stephen war mit Margot Davies Swanson verheiratet, der Tochter von William Davies, dem ehemaligen Direktor und Gründer der Mega-Insurors-Core. Das war interessant. Wenn überhaupt, dann spielt Amu mit dem Feuer. Der alte Stevi heiratete die Tochter des Chefs und ihr Vater war immer noch der Hauptaktionär des Unternehmens. Amu saß an diesem Abend beim Abendessen neben mir. Sie unterhielt sich mit mehreren anderen e.V. und schien sich zu amusieren. Ich sprach mit Diana, der Trophäenfrau, die neben mir saß. Ich war überrascht, dass sie attraktiv war und einen verruchten Sinn für Humor hatte. Ich genoss es sehr, mit ihr zu plaudern und einen kurzen Blick auf ihr beeindruckendes Dicollte zu werfen. Nachdem die Tische abgeräumt waren, ging das Licht aus und die Musik begann zu spielen. Amu beugte sich kurz zu meinem Ohr und erklärte, dass sie mit einigen ihrer Kollegen tanzen würde. Das waren die ersten Worte, die sie seit über einer Stunde mit mir gesprochen hatte. Sie wartete meine Antwort nicht ab, stand auf und ging mit einem Typen auf die Tanzfläche. Diana meldete sich zu Wort. Gewöhnen Sie sich lieber daran. Wir Ehegatten werden bei solchen Dingen normalerweise ignoriert. Ich kann nicht glauben, dass dein Mann dich zwischen all diesen Alphamännchen unbeaufsichtigt gelassen hat. Ich bin sicher, er ist losgezogen, um mit der Frau eines der Vorstandsmitglieder zu tanzen und zu versuchen, so viele wie möglich für sich zu gewinnen. Er geht einfach davon aus, dass mich ein paar unbedeutende Bonzen zum Tanzen auffordern werden, und ich werde pflichtbewusst ein Loblied auf jeden von ihnen singen. Nun gut, vielleicht könnten sie mir, bevor sie mit ihrer Aufgabe beginnen, die Ehre erweisen, zu tanzen, das heißt, wenn es ihnen nicht zu peinlich ist, mit ihrem EVP-Gatten gesehen zu werden, grinste sie. Sie sind etwa 20 Jahre jünger als meine üblichen Tanzpartner, also erwarte ich, dass sie mir nicht in den Ausschnitt sabbern. Ich verspreche nichts. Das Dicolltee ist definitiv sabberwürdig, aber ich werde mein Bestes tun, um mich zu beherrschen, erwiderte ich mit einem Lächeln. Diana drückte ihre herrlichen Brüste gegen meine Brust, während wir tanzten. Ich schaffte es nicht zu sabbern. Unser Tanz wurde unterbrochen, als ihr Mann sich einmischte und sie dann wegzog, um sie seinem Chef zu überlassen. Ich glaube, er wollte, dass sie ihr Vermögen dort platziert, wo er dachte, dass sie davon profitieren könnten. Ich saß am Tisch und sah zu, wie Amü mit mehreren Vorstandsmitgliedern tanzte, bevor sie sich ganz auf Stäben Swanson einließ. Nach ihrem vierten oder fünften Tanz machte die Band eine Pause und er und Swanson gingen zu seinem Tisch hinüber. Ich überlegte, ob ich gehen sollte, beschloss aber, noch ein wenig zuzusehen. Irgendwann schaute Amü in meine Richtung und sah, dass ich allein saß. Wenige Augenblicke später ging sie zum Tisch hinüber und setzte sich mir gegenüber. John, das muss sehr langweilig für dich sein. Warum gehst du nicht zurück in dein Zimmer und ich komme später vorbei, wenn ich mich in Form gebracht habe? Schlug sie vor. Nun ja, das Orchester ist großartig und ich möchte den Abend nicht beenden, ohne wenigstens einen Tanz mit meiner charmanten Frau. Wenn sie mich in die Warteschlange quetschen könnten, antwortete ich. John, das ist ein Geschäft, ein wichtiges Geschäft. Bitte tu jetzt einfach, worum ich dich bitte und wir können später darüber reden, beharrte sie, stand auf und ging. Ich starrte ihr hinterher. Ich war gefeuert. Sie hatte mir tatsächlich gesagt, ich solle auf mein Zimmer gehen. Als ob ich ein unartiges Kind wäre. Ich war wütend, aber es gab keinen Grund für mich, einfach dazusetzen und ignoriert zu werden. Ich wartete ein wenig, stand dann auf und ging. Ich wollte nicht in meinem Zimmer schmollen, also ging ich in die kleine Bar in der Lobby des Ressorts. Es war ruhig und ich musste meine Situation neu einschätzen. Es war mir klar, dass Hammy mit Swanson zusammen war oder bald sein würde. Ich wollte mich damit nicht abfinden, aber bis jetzt hatte ich keine Beweise für ein Fehlverhalten von Hammy. Ich nippte noch eine Weile an meinem Drink und beschloss, Feierabend zu machen. Als ich am Veranstaltungssaal vorbeiging und hineinschaute, lag Hammy auf der Tanzfläche, an Swanson gedrückt. Sein Hand lag tief auf ihrem Rücken, aber nicht ganz auf ihrem Hintern. Ich fragte einen der Angestellten, wann das Orchester spielen würde, und er sagte, sie würden um elf Uhr fertig sein und der Saal würde um Mitternacht schließen. Ich muss wohl ein wenig eingenickt sein, als ich im Bett saß und fern sah. Das Licht war aus, aber ich konnte deutlich sehen, dass die Uhr ein Uhr zwanzig Uhr anzeigte, als Ammy unsere Tür aufstieß. Sie muss erwartet haben, dass ich schlafe, denn sie keuchte, als ich das Seitenlicht einschaltete. Ihr Haar war zerzaust und ihr Lippenstift war verschwunden. Ich sah sie von oben bis unten an und sie errötete tief. Hey, ich dachte, du würdest schlafen gehen. Ich habe den ganzen Abend nur drei Gläser getrunken. Ich bin besoffen, nicht betrunken. Willst du mir sagen, wo du gewesen bist? Stammelte sie. Du weißt, wo ich war. Beim Tanzen. Ich habe dir gesagt, dass ich mit meinen Kollegen tanzen und mich in der Öffentlichkeit zeigen muss. Das gehört alles zum Spiel. John sagte sie, als würde sie mit einem langsam lernenden Kind sprechen. Versuche es noch einmal. Erstens. Das Orchester ist um elf Uhr gegangen. Was hast du dann in den letzten zweieinhalb Stunden gemacht? Fragte ich. Ich habe mit Swanson gesprochen. Margot ist mit ihrer Mutter in Europa, also ist er allein hier. Wir sind zurück in sein Zimmer gegangen und haben über seine Pläne für die Firma gesprochen und darüber, wie ich seiner Meinung nach in diese Pläne passen könnte, erklärte sie. Du hast also zwei Stunden lang in seinem Zimmer geredet und mich mir selbst überlassen? Und dann schleichst du hier rein, mit zerzaustem Haar, ohne Lippenstift und in Stackelschuhen. Das muss eine wirklich langwierige Unterhaltung gewesen sein, erwiderte ich. Denk, was du willst. Ich muss duschen und etwas schlafen. Morgen haben wir einen weiteren halben Tag mit Meetings. Oh, ich habe Steben gesagt, dass ich morgen Abend mit ihm essen gehen werde. Wir müssen morgen früh los und dein Meeting endet um zwölf Uhr. Was zum Teufel machen wir vor dem Abendessen? Schnauzte sie, trat ihre Schuhe aus und stemmte die Hände in die Hüften. Du fährst mittags weg, um den Tag in seinem Haus am See zu verbringen. Wann wirst du wieder zu Hause sein? Fragte ich, als meine Geduld am Ende war. Ich weiß es nicht. Wenn es zu spät ist, komme ich einfach am Montagmorgen wieder, antwortete sie lässig. Verdammt, das wirst du nicht tun. Du wirst den ganzen Tag und die ganze Nacht mit ihm Sex haben und dann zu mir nach Hause kommen. Erstens habe ich mir etwas davon gesagt, mit ihm Sex zu haben und zweitens ist das mein Haus nicht deins. Er gehört zu mir, argumentierte ich. Meine Frustration war offensichtlich. Ich starrte sie nur mit offenem Mund an. Als ich alle Arbeiten an dem Haus abgeschlossen hatte, weigerte sich Amü ihren Jahresbonus für die Abzahlung des Baukredits zu verwenden. Sie bestand darauf, dass wir das Haus refinanzieren. Da ich arbeitslos war, bekam ich keine Hypothek und Amü bestand darauf, dass ich nicht an der Aceti teilnahm, solange ich keine Hypothek hatte. Das machte mich wahnsinnig, aber wir hatten vor, umzuziehen, kurz nachdem ich alle Verbesserungen abgeschlossen hatte. Ich ging einfach davon aus, dass ich bis dahin wieder arbeiten und das neue Haus einrichten würde, also habe ich es auf sich beruhen lassen, erklärte ich. Sie stand da mit den Händen in den Hüften und einem Grinsen im Gesicht. Ich stieg aus dem Bett und begann, mich anzuziehen. Ich schnappte mir meinen Koffer und warf ihn aufs Bett. Ich riss die Schubladen auf und fing an, meine Sachen in den Koffer zu stopfen. Und was jetzt? Wirst du weglaufen? Wohin willst du denn gehen? Du hast kein Zuhause, keinen Job, kein Geld. Wo willst du also hin? Spottete sie. Amü, ich schlafe lieber in meinem Auto, als dich mit diesem Mist davon kommen zu lassen. Ich werde nicht dein Hanrei sein. Ich werde mich von deinem betrügerischen Ars scheiden lassen. Du bist ein dummer, dummer Kerl. Du hast nichts. Dein Arsch gehört mir. Ich verdiene das ganze Geld. Ohne mich würdest du auf der Straße sitzen. Jetzt hör auf, ein großes Baby zu sein, schnauzte sie zurück. Bitte, Amü, gib ihm nicht nach. Du musst das nicht tun. Du kannst den Job auch ohne Sex mit ihm bekommen, flehte ich verzweifelt. Amü schückelte den Kopf, sah auf den Teppich und murmelte. Es ist zu spät. Da wurde mir klar, dass sie bereits mit ihm geschlafen hatte. Du hast mit ihm geschlafen? Oh mein Gott, du hast uns umgebracht, rief ich ungläubig aus. Sei nicht, Dong-Yon. Wir können alles haben. Ich habe also mit ihm geschlafen, keine große Sache. Eine schnelle Dusche und ich bin so gut wie neu. Am Montagmorgen ist das alles vorbei und wir sind bereit für das Leben. Das ist nur ein Teil des Spiels. Ich weiß, dass du das alles in ein paar Tagen vergessen haben wirst, wies sie meine Bedenken zurück. Ich stopfte die letzten Klamotten in meinen Koffer und knallte ihn zu. Ich schnappte mir meine Jacke und rannte hinaus. Ich sprang in mein Auto und fuhr mit einem tauben Gefühl davon. Während der Fahrt piepte und zirpte das Telefon, aber ich brachte es nicht über mich, es anzuschauen. Ich hätte untröstlich sein sollen, aber ich war einfach nur wie betäubt. Während der Fahrt lichtete sich der Verkehr und ich schaltete den Tempomat ein und lehnte mich in meinem Sitz zurück. Ich dachte an die letzten sechs Monate zurück und stellte fest, dass Amü sich kurz nach ihrer ersten Beförderung zu verändern begann. Sie war von Ehrgeiz und dem Wunsch, als erfolgreich anerkannt zu werden, zerfressen. Jetzt stellte sie Macht und Reichtum über alles andere. Liebe, Hingabe, Familie und Treue waren ihr nicht mehr wichtig. Jetzt ging es nur noch um sie selbst, darum, was sie erreichen konnte, um die Macht, die sie hatte, und um das Geld, das sie verdiente. Die Erkenntnis, dass sie sich verändert hatte und nicht mehr die süße, liebevolle, fürsorgliche Frau war, die ich geheiratet hatte, erfüllte mich mit Traurigkeit. Ich wischte mir ein paar Trennen weg, als ich den Verlust der Frau betrauerte, die ich 20 Jahre lang geliebt hatte. Am Montagmorgen wachte ich erschrocken auf. Ich rief den Anwalt an, der mit mir in meinem alten Job gearbeitet hatte. Er nannte mir den Namen eines Anwalts für Familienrecht, und ich rief in der Kanzlei an und teilte mit, dass ich die Scheidung beantrage. M.R.D. Cohen, Miss Heck vertritt normalerweise nur Frauen, die bei einer Scheidung stark benachteiligt sind. Das sind meist Hausfrauen mit untreuen Ehrmännern. Ich bin mir nicht sicher, warum ihr Anwalt ihnen ihren Namen genannt hat, erklärte die Empfangsdame. Ich bin ein Hausmann. Meine Frau ist eine hochrangige Führungskraft und eine Ehrbrecherin, stellte ich klar. Einen Momentlan herrschte Schweigen. Oh mein Gott, das wird ihr erstes Mal sein. Können Sie bis 11.30 Uhr hier sein? Fragte sie. Ich betrat das Büro von Solihag um 11.20 Uhr. Ihre Sekretärin lächelte mich an, als sie mich begrüßte. Ich wartete etwa 20 Minuten, bis eine attraktive, kurze, dunkelhaarige Dame den Empfangsbereich betrat. M.R.D. Cohen, ich bin Solihag. Bitte kommen Sie in mein Büro, begrüßte sie mich. Ich erzählte ihr meine Geschichte und sie machte sich Notizen, während ich sprach. Sie waren also etwa zwei Jahre lang eine Hausfrau und Mutter. Ich habe meinen Job verloren, als mein Arbeitgeber die Firma verkaufte und unser Geschäft geschlossen wurde. Meine Frau hatte gerade eine große Beförderung bekommen und ich konnte keine Stelle in meinem Bereich finden. Sie überzeugte mich, zu Hause zu bleiben und unser Haus zu renovieren. Sie plante, unser Haus zu verkaufen, sobald ich alle Renovierungsarbeiten abgeschlossen hatte, und ein größeres und besseres Haus zu kaufen. Warte, es war also ihre Idee, dass du Hausmann wirst? Ja, das hat ihr gefallen. Ich habe gekocht, geputzt, die Wäsche gewaschen und das Haus eingerichtet, während sie sich ihrer Karriere widmen konnte. Toll. Wann haben sie zum ersten Mal den Verdacht geäußert, dass es ein Problem in ihrer Ehe gibt? Um ehrlich zu sein, hatte ich erst vor kurzem den Verdacht, dass sie mich betrügt. Aber wenn ich zurückblicke, denke ich, dass es wahrscheinlich schon vor fast einem Jahr angefangen hat. Letztes Wochenende hat sie ihre Untreue zugegeben, und deshalb bin ich heute hier. M.R.D. Kohn, es tut mir leid, dass Ihnen das widerfährt, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie das durchstehen werden, und ich werde dafür sorgen, dass Sie bei der Scheidung fair behandelt werden. Sie sagten also, dass Ihre Frau zugegeben hat, sie zu betrügen. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Haben Sie Ihr Geständnis aufgezeichnet? Nein, ich habe es nicht aufgeschrieben. Nach dem, was ich beobachtet habe, schätze ich, dass die meisten Ihrer Kollegen wissen, was sie tut. Okay. Obwohl dies ein Staat ist, in dem kein Verschulden vorliegt, würde ich gerne einige Beweise für Ihren Ehebruch bekommen, damit ich sie als Druckmittel bei einer Einigung verwenden kann. Hätten Sie etwas dagegen, wenn mein Ermittler ein wenig herumschnüffelt? Ich arbeite mit Masters Investigations. Check Masters ist ein alter Freund von mir, und seine Leute sind sehr zuverlässig. Natürlich. Ich glaube, ich muss etwas Geld von der Bank abheben, bevor sie es einfriert. Ich nehme an, Sie haben ein gemeinsames Konto? Ja, ein kleines privates Girokonto bei Schase, das ich benutze. Der größte Teil unseres Geldes befindet sich in einem verwalteten Portfolio, das ihr gehört. Sie hat mehrere Konten, die nur auf ihren Namen laufen. Okay, wenn wir fertig sind, gehen Sie zu Schase und heben alles bis auf 1 Dollar ab. Sie können das Geld einzahlen, aber sagen Sie mir nicht, wo. Ich werde Ihr Anlagekonto einfrieren lassen und die Offenlegung aller Ihrer Vermögenswerte verlangen. Ich wollte gerade die Bank verlassen, als Check Masters mich anrief. Solihak bat mich, Sie anzurufen. Haben Sie einen Moment Zeit, um allein zu sprechen? Ja, ich bin in meinem Auto. Ich habe in der Nähe der Bank geparkt. Sali hat mir die meisten Details erzählt. Meine Leute werden heute Nachmittag damit beginnen, Informationen zu sammeln. Was sind Ihre Pläne? Haben Sie vor, im Haus zu bleiben? Ich kann es mir nicht leisten, auszuziehen, bevor ich nicht einen Teil unserer Investment verausgezahlt habe. Okay, Sie können Sie nicht zwingen, auszuziehen. Also schlage ich vor, in ein anderes Schlafzimmer zu ziehen und ein Sicherheitsschloss anzubringen. Ich kann jemanden beauftragen, das zu tun, wenn du willst. Außerdem möchte ich so schnell wie möglich eine Überwachungsanlage in Ihrer Wohnung installieren. Ich bin jetzt auf dem Heimweg. Ich werde anhalten, einen Satz Schlösser mitnehmen und in 40 Minuten zu Hause sein. Ich habe ein Schloss angebracht, während das Team von Masters mehrere kleine Kameras im ganzen Haus installiert hat. Ich habe alle meine Sachen in das Zimmer gebracht, das am weitesten von meinem alten Zimmer entfernt ist. Ich war wirklich froh, dass ich bei der Renovierung des Dachgeschosses ein separates kleines Bad eingebaut hatte. Am frühen Abend vibrierte mein Telefon und wies mich auf den Verkehr in meine Einfahrt hin. Die neue Kamera gab mir einen klaren Blick darauf, wie Hamu aus der Limousine stieg, aber ich konnte nicht erkennen, ob noch jemand im Auto war. Der Fahrer trug die Taschen hinein und fuhr dann davon. Ich war in meinem neuen Zimmer und sah mir auf meinem Laptop geteilte Bildschirme an, während Hamu im Haus herumlief und meinen Namen schrie. Sie ging in das große Schlafzimmer und sah sich um. Als sie meinen leeren Kleiderschrank öffnete, rief sie, Verdammt! Sie schaute ins Badezimmer und verließ dann ihr Schlafzimmer. Wenige Augenblicke später versuchte sie, meine Türklinke zu öffnen. John, bist du da? Was willst du? John Dere, mach bitte die Tür auf. Warum sind all deine Sachen nicht in unserem Zimmer? Jetzt dein Zimmer. Mein Zimmer ist hier. John, ist das dein Ernst? Warum in aller Welt solltest du aus unserem Zimmer ausziehen wollen? Hör sofort mit diesem Unsinn auf und lass mich rein. Nein, du bist in meinem Zimmer nicht willkommen. Geh duschen und wasch dir den Gestank deines Liebhabers ab. Ich treffe dich in der Küche, wenn du dich gewaschen hast. Ich hörte ein Seufzen und dann stapfte sie davon. Auf dem Laptop sah ich, wie sie sich auszug und ins große Bad ging. Ich ging in den Flur hinaus und schloss meine Tür ab, bevor ich in die Küche ging. Ich benutzte das Telefon, um zu sehen, was im Schlafzimmer passierte. Ich schückelte den Kopf, als ich sah, wie sie erst einen sexy BH-Anzug und ihn dann ablegte, um ein T-Shirt ohne BH zu tragen. Ich wusste, was sie vorhatte, aber das hielt mich nicht davon ab, ihren beeindruckenden Vorbau zu beobachten, als sie die Treppe hinunter und zu dem Tisch ging, an dem ich saß. Sieh mal, alles ist schön und sauber wie neu. Und bist du jetzt glücklich? Glücklich? Willst du mich verarschen? Ich werde vielleicht nie wieder glücklich sein. Du hast mit diesem Bastard geschlafen. Du hast uns zerstört. Ich bin fertig mit dir. Sie schaute einen Moment geschockt, dann wurde sie wütend. Jetzt hör mir zu, Jundikon. Nichts hat sich geändert, nichts wird sich ändern. Du musst deine dumme, eifersüchtige Bissigkeit überwinden und aufhören, so zu sein. Ja, ich habe mit ihm geschlafen, große Sache. Und wenn schon? Na und? Wen kümmert's? Ich habe mit ihm geschlafen und jetzt muss er für mich stimmen, wenn ich als Schief kandidiere. Es war rein geschäftlich, nichts weiter. Jetzt geh und bring deine Sachen zurück in unser Schlagzimmer. Wie viele sind es, Amü? Wie viel? Was? Wovon zum Teufel sprichst du? Wie viele hast du noch? Waren die alle geschäftlich oder gab es ein paar davon nur zum Spaß? Was? Wie kannst du mich das fragen? Steven ist der einzige auf der Welt und du weißt, warum ich ihm das angetan habe. Er war okay, aber nicht annähernd so gut wie du. Wirklich, ich bin ein wenig überrascht, dass du dich überhaupt daran erinnern kannst, wie es mit mir ist. Ich meine, seien wir ehrlich, es ist lange her, dass ich mit dir Sex hatte und es ist lange her, dass wir miteinander geschlafen haben. Das stimmt nicht, hielt Amüne und neigte ihren Kopf zur Seite. Wir hatten Sex, ich. Es war nur. Ihre Stimme verstummte. Wenn ich mich nicht irre, hast du. Du hast mich in der Nacht, als deine letzte Beförderung bekannt gegeben wurde, ziemlich hart geschlagen. Aber das ist etwa sechs Monate her. Da ist natürlich eine ganze Menge Zeit vergangen. Oh mein Gott, John, es tut mir so leid. Ich war nur so in meiner Arbeit vertieft. Es tut mir leid, Baby. Ich werde es wieder gut machen. Ich verspreche es. Du verspricht es. Du meinst wie an unserem Hochzeitstag, als du geschworen hast, alle anderen zu verlassen? Ist das das Versprechen, das du mir gibst? Wenn das der Fall ist, dann vergiss es. Ich brauche keine weiteren falschen Versprechen. Verdammt, John, du musst es vergessen. Meine Beziehung zu Steven ist vorbei. Sie liegt in der Vergangenheit. Ich gebe zu, ich war zu sehr damit beschäftigt, seine Unterstützung zu gewinnen, aber ich bin fertig damit. Bitte, komm zurück in unser Bett. Lass es mich wieder gut machen. Vielen Dank für dein freundliches Angebot eines Nachschlags, aber ich werde es ablehnen. Ich bin sicher, du hattest heute Morgen wie das Ex mit ihm, und selbst wenn ich dich zwingen würde zu duschen, würde das nichts ändern. Also, noch einmal, nein, danke. Wunderbar, sei ein. Du kannst einfach in deinem Zimmer bleiben und dich vergnügen. Ich brauche dich nicht für Sex. Es gibt genug andere Männer, die mir zur Verfügung stehen. Vielleicht sollte ich die Männer auf der Liste anrufen. Verdammt, in ein paar Wochen könnte ich Regisseurin sein. Amü drehte sich um und stapfte die Treppe wieder hinauf. Sally sah sich die Aufzeichnungen meines Gesprächs mit Amü an. Sie sagte mir, ich solle höflich sein und sie meiden. Nach nur drei Tagen konnten Schecks Leute feststellen, dass Amü wahrscheinlich etwas Sexuelles mit dem Leiter der Personalabteilung und mit Steven gemacht hatte, bevor sie zur SEP befördert wurde. Aber es gab keine Beweise. Der Bericht bestätigte meinen Verdacht, dass sie nach ihrer ersten großen Beförderung zu betrügen begann. Ich schlug vor, dass sie, wenn sie betrügt, um eine leitende EVP zu werden und eine Schasse auf den Kutschop zu bekommen, was wäre sie dann bereit, für einen Sitz im Vorstand zu tun? Sie war eindeutig bereit, ihren Körper einzusetzen, um zu bekommen, was sie wollte, und damit konnte ich einfach nicht leben. Ich habe Sally gebeten, bedient zu werden. Checks Leute fanden Amis Offshore-Konto und zwangen Sally, alle Gehaltsdaten von Amü aus den letzten Jahren herauszugeben. Sie hatte anstelle von Gehaltserhöhungen um einige Aktien Optionen gebeten. Sally deutete an, dass Amü plante, ihren Anteil an der Firma schrittweise zu erhöhen, um einen Sitz im Vorstand zu erhalten. Sally stand zu ihrem Wort. Ich erhielt die Hälfte unseres Aktienportfolios und einen Teil des Bargelds von Amü. Außerdem werde ich die Hälfte des Preises für das Haus erhalten, wenn es verkauft wird. Nachdem ich Sally ausgezahlt hatte, verfügte ich also über etwa 600.000 Dollar in Bar und Aktien. Das Haus wurde auf 650.000 Dollar geschätzt, sodass Amü mir etwa 300.000 Dollar schulden wird, wenn es verkauft wird. Ich werde nicht reich sein, aber ich werde auch nicht verhungern. Sally muss mich für einen normalen Menschen gehalten haben, denn sie stellte mich einer kürzlich geschiedenen Frau, Caro Hillmann, vor, die ein kleines Produktionsunternehmen von ihrem betrügerischen Ehemann übernommen hatte, als dieser mit seiner Buchhalterin durchbrannte. Sally half Carol zu erkennen, dass sie keinen Ehemann brauchte, aber dringend einen guten Buchhalter, und sie stellte mich nach meinem ersten Vorstellungsgespräch ein. Ich arbeitete bereits seit drei Monaten für Carol, als sie mich bat, ihre Finanzen zu überprüfen. Ich half ihr dabei und reichte sogar eine geänderte Steuererklärung ein, um ihr 3.000 Dollar zurückzugeben. Als Dankeschön lud sie mich zum Abendessen ein, und ich sagte bereitwillig zu. Nach dem Essen und zwei Flaschen Wein erzählte Carol mir, dass sie einsam sei und männliche Gesellschaft brauche. Mit 55 Jahren war sie immer noch eine attraktive Frau, und ich hatte keine anderen Angebote, also wurden wir sechs Partner. Es war nicht schwer, unsere besondere Beziehung vor den anderen Mitarbeitern geheim zu halten. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe mich in Carol verliebt. Ich glaube, dass sie sich auch in mich verliebt hat, also werde ich bald mit ihr reden müssen. Etwa einen Monat, nachdem meine Scheidung abgeschlossen war, wurde Amu für den Posten des Cilio nominiert, und Stephen hielt vor dem Vorstand eine langatmige Rede darüber, wie wunderbar sie sei. Kurz vor der Abstimmung über ihre Beförderung kam eine anonyme E-Mail auf den Telefonen aller Vorstandsmitglieder an. Es war die Stimme von Amu, die sich bei Stephen für seine Unterstützung bedankte. Der Vorstand stimmte dafür, Stephens Empfehlung abzulehnen und William Davies als Direktor wieder einzusetzen. Die erste Handlung von William in seiner neuen alten Position war die Entlassung von Stephen, seinem zukünftigen Ex-Schwiegersohn. Als zweites machte William seine Tochter zur Geschäftsführerin. Als Vorstandsvorsitzender rief Margot Davies am müde Icon in ihr Büro und teilte ihr mit, dass ihre Dienste beim Mega in C. Es tat mir sehr leid, von Amis erfolgloser Karriere zu hören, und ich hatte Mitgefühl mit Amu, als ich durch ihre Gasse auf den Markt ging. Die anderen Kunden waren genauso schockiert, wie ich, als Amu in Trennen ausbrach und anfing, mit Lebensmitteln nach mir zu werfen. Der Manager hat sie auf der Stelle gefeuert. Gott, es sieht so aus, als ob sie es wirklich schwer hat, einen Job zu behalten. Gott, es sieht so aus, als ob sie es wirklich schwer hat, einen Job zu behalten.